Mein Name ist Sophie und ich bin beim Projekt Belvedere, weil digitale Tools den Fachkräften ihren Arbeitsalltag erleichtern. Mein Name ist Harald Weber vom ITA in Kaiserslautern. An Belvedere gefällt mir, dass wir die Fachkräfte nicht alleine lassen, sondern deren Arbeitgeber innen mit in die Verantwortung zur Ausgestaltung der digitalen Transformation nehmen. Ich bin Lisa Franz und arbeite bei Atempo in Graz. Im Belvedere-Projekt gefällt mir besonders, dass unterschiedliche Levels berücksichtigt werden, um alle Personen auf ihrem aktuellen Wissensstand abholen zu können. Join us on Belvedere!